Sind Sie mit Ihrem Leben zufrieden? Sind Ihre Perspektiven wirklich das, was Sie vom Leben erwarten? Es lässt sich noch ändern. Über Ihre Zukunft können Sie selbst entscheiden. Fehlt es Ihnen an Geld? Zahlen Sie jeden Cent und beobachten, wie Ihre Ersparnisse schrumpfen. Sie haben Träume und Sehnsüchte. Es gibt so viele schöne Dinge, die Sie sich gerne kaufen würden. Wenn dann nicht das Problem wäre, wie soll ich das bezahlen? Nehmen Sie Ihre Zukunft in die eigenen Hände und machen Ihre Träume wahr. Denn Sie können sich das alles leisten. Wissen Sie nicht, was Sie morgen im Beruf erwartet? Stress, Hektik, zu wenig Sicherheit. Ärger mit dem Vorgesetzten, der Sie jederzeit entlassen kann, wenn ihm etwas nicht gefällt. Schluss damit. Sie können eine gesicherte und angenehme Anstellung haben. Auch Sie können ohne Zukunftsangst arbeiten. Arbeiten Sie, um zu studieren, damit Sie Ihren Traum von einer Karriere verwirklichen können? Wälzen Ihre Kollegen Ihre Arbeit auf Sie ab? Leiden Sie unter Zeitdruck? Trifft jemand ständig Entscheidungen und nicht Sie? Arbeiten Sie Tag und Nacht und kommen trotzdem beruflich nicht voran? Sie können alles erreichen. Unbegrenzte Arbeitsmöglichkeiten warten auf Sie. Entscheiden Sie sich für eine neue Perspektive. Planen Sie Ihre Karriere und werden Sie Ihr eigener Chef. Möchten Sie wissen, wie Sie Ihr Leben ändern können? Hier ist die Antwort. Die OVB Aktiengesellschaft bietet Ihnen eine Chance. Bereits seit 1970 ist die OVB ein renommierter und wachstumsstarker Finanzdienstleister. Wir haben als eines der ersten Unternehmen der Branche das innovative Allfinanzkonzept umgesetzt und etabliert. Mit dem Börsengang im Jahr 2006 setzt die OVB Aktiengesellschaft ihre Erfolgsstory konsequent fort. Damit ist die OVB bestens positioniert, in einem nahezu unerschöpflichen Markt mit enormen Perspektiven weiterzuwachsen. Heute ist die OVB in 14 europäischen Ländern tätig. Und in jedem von ihnen zählen wir zur Top-Elite der Branche. Das kann kein vergleichbares Unternehmen von sich behaupten. Gut 10.000 Mitarbeiter als Haupt- und Zweitberufler in Europa konnten das Vertrauen von über zweieinhalb Millionen Kunden gewinnen. Ich bin jetzt seit gut einem Jahr bei OVB. Mir macht die Arbeit riesen Spaß. Ich bin hier in einem ganz tollen Team aufgenommen worden. Und das hat mir die Entscheidung auch leicht gemacht, meinen bisherigen Beruf aufzugeben und jetzt voll bei der OVB hauptberuflich einzusteigen. Jeder, der bereit ist mit Fleiß und Spaß an die Arbeit zu gehen, erhält bei uns seine Chance. Von Anfang an kann er als Hauptberufler bei der OVB arbeiten, muss es aber nicht. Sie können auch als Zweitberufler einsteigen. Die OVB bietet Ihnen eine komplette, gesetzlich anerkannte Ausbildung. Auch Menschen aus anderen Branchen können unseren Beruf ausüben. Darüber hinaus benötigen Sie für den Start bei der OVB kein Eigenkapital. Die OVB ermöglicht allen Ihren Mitarbeitern, Ihre Karriere unter gleichen und gerechten Bedingungen voranzutreiben. Jeder entscheidet selbst, wie weit er kommen möchte. Durch vertraglich und objektiv festgelegte Kriterien haben Sie die Möglichkeit, ins Management aufzusteigen. Ihre Karriere ist somit planbar. Ich habe jetzt ein vielfach höheres Einkommen als vorher. Durch mein eigenes Engagement habe ich den nächsten Karriere-Schritt geschafft. Ich entscheide selber, wie weit ich kommen möchte. Der Schritt auf die höhere Karriere-Stufe bedeutet für den OVB-Mitarbeiter auch, dass sich sein Leben spürbar verändert. Das, was unlängst noch unerreichbar war, wird nun normaler Standard. Langsam beginnen die Träume sich zu erfüllen und die sozialen Sicherheiten erhalten eine solide Grundlage. Die OVB garantiert zudem vielfältige soziale Leistungen, die sowohl Ihnen als auch Ihrer Familie zugutekommen. Diese außerordentlichen Leistungen sind in einem eigenen Zusatzvertrag festgeschrieben. Hervorragendes Engagement wird in der OVB auch entsprechend belohnt. Wir wissen, wie man besondere Leistungen würdigt. Darüber hinaus gibt es noch das Top-Management. Diese Spitzenführungskräfte sind sehr häufig grenzüberschreitend tätig und haben zwei wichtige Aufgaben. Erfolgreiche Führungskräfte aufzubauen und zu fördern. Und an der europäischen Expansion der OVB-Gruppe mitzuarbeiten und sie voranzutreiben. Auch ich habe mich am Anfang gefragt, ob OVB wirklich das Wichtige ist. Aber der Start ist entscheidend. Ich hätte mir das so niemals wirklich vorstellen können. Man unterschätzt dabei immer sein eigenes Potenzial. Ein ganzes Potenzial. Die OVB ist in dem Zukunftsmarkt Nummer 1. Die OVB – ein Angebot, das für jeden mehr Lebensqualität bedeutet. Sie müssen nur wollen. 680 Millionen Kunden europaweit wollen noch vertrauensvoll beraten werden. Nutzen Sie Ihre Chance!